Es ist fast auf die Minute genau eine Woche her, da hat das große Flutdrama seinen Lauf genommen in Nordrhein-Westfalen und auch in der Eifel in Rheinland-Pfalz. Um 18.30 Uhr vor einer Woche, da waren die Bäche und Flüsse schon stark angestiegen und da war die Flutkatastrophe wirklich schon absehbar. Aber auch da war es noch kein Zeitpunkt für die Behörden, großflächige Evakuierungen einzuleiten, großflächige Warnungen auszusprechen. Da wurde erst gewarnt, mitten in der Nacht zum Donnerstag, als die Flutkatastrophe ihren Höhepunkt erreicht hatte und da war es dann leider zu spät. Und ich höre immer noch aus der Politik, die Flut kam überraschend, sie kam mitten in der Nacht, alles gelogen kann ich nur sagen. Die Flutwelle hat sich schon am Mittwochnachmittag angebahnt, die Pegel sind nach oben geschossen, da hat man schon gesehen, was da auf die Region zukommt. Da hätte man noch was tun können, es war noch hell gewesen. Danach kam die Dunkelheit und in der Dunkelheit hatten die Menschen einfach keine Chance mehr gehabt. Das Wasser kam von allen Seiten, da war es einfach dann zu spät. Und wenn ihr mal sehen wollt, den Rückblick zu der Flutkatastrophe, zum Vorfeld, wir haben uns angeschaut, was haben die Prognosen alles vorhergesagt, zwei bis drei Tage vorher. Dann klickt einfach mal hier oben auf das Wettervideo, da zeigen wir, es war zwei bis drei Tage vorher klar, da kommen 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Da muss man sich wirklich fragen, was haben eigentlich die Behörden mit diesen Informationen getan? Überhaupt nichts. Nicht mal der kleinste Campingplatz an der Ahr ist evakuiert worden. Man hat die Katastrophe sehen kommen, es war eine Katastrophe mit Ansage. Und jetzt im Nachhinein, da behauptet die Politik, der Klimawandel sei schuld. Also erstmal ist das, was draußen aktuell passiert, Wetter. Und Klima ist Wetter, über einen langen Zeitraum beobachtet, mindestens 30 Jahre. Und der Klimawandel, der hat nicht vergessen, die Menschen zu warnen. Das waren die Behörden gewesen. Und da sind noch viele Fragen offen. Und die müssen auch bald dringend beantwortet werden. Sorry für die Worte, aber die mussten mal gesagt werden. Ich war gestern wieder bei Verwandtschaft in Main, in der Eifel. Es sieht wirklich katastrophal aus. Hier und da werden überall noch Hände gebraucht, die mithelfen. Und es ist wirklich eine anstrengende Arbeit, muss ich sagen. Denn es ist auch emotional sehr anstrengend. Wenn man sieht, was da alles kaputt gegangen ist. Quasi das ganze Leben ist quasi weggeschwommen. Wenn man sein Leben noch hatte. Es gab ja auch viele Tote. Und das wäre noch deutlich schlimmer. Aber ansonsten, die Menschen, die noch zurückgeblieben sind, die haben wirklich teilweise kein Dach mehr über dem Kopf. Oder wenn das Haus noch da steht, da ist nichts mehr drin. Und wenn was drin ist, ist es alles kaputt. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, und mit diesen Worten, herzlich willkommen zum Wetterkompakt. Hier bei wetter.net am heutigen Mittwoch. Wir wollen mal schauen, wie geht es in den nächsten Tagen weiter. Erstmal noch Entwarnung bis Freitag. Das Hoch Dana bleibt uns zum Glück treu. Es gibt viel Sonnenschein. Es ist trocken bei uns in Deutschland. Aber zum Wochenende, da kommen schon wieder neue Gewitter herangezogen. Vor allem in den Westen des Landes. Aber Entwarnung schon mal. Es gibt nichts Flächendeckendes. Aber punktuell gibt es Starkregen. Und da sind auch mal wieder Regenmengen um die 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter durchaus möglich. Dazu gleich mehr. Wir schauen zunächst mal auf die Großwetterlagenkarte von heute. Und das Hoch Dana, das bringt sonniges Wetter von den britischen Inseln bis nach Mitteleuropa. In der kommenden Nacht ziehen wir noch ein paar Wolkenfelder über den Norden und den Osten. Nach Süden ist es teilweise sternenklar. Insgesamt bleibt es weitgehend trocken. Kühl ist es auch in der kommenden Nacht. In den Mittelgebirgen gerade mal 9 bis 11 Grad. Sonst morgen früh die Temperaturen so um die 12 bis knapp 16 Grad. Der Donnerstag insgesamt noch relativ freundlich. Viel Sonnenschein nur im Norden. An der Nordseeküste und Ostseeküste stellenweise ein paar Wolkenfelder. Bleibt es am kühlsten mit 20 bis 22 Grad. Sonst Temperaturen 25 bis 28 Grad. Der Freitag teilweise heiß bis zu 31 Grad. Im Norden dagegen 21 bis 24 Grad. Hier auch mehr Wolken als im Rest des Landes. Dort meist sonnig, aber überall noch trocken. Das ändert sich dann aber zum Samstag. Da kommt ein neues Gewittertief in den Westen gezogen. Eben auch in die Region Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zum Teil gibt es Blitz und Donner. Auch Unwetter können mit dabei sein. Punktuell Starkregen, Sturmböe und Hagel. Und bei Starkregen sind auch wieder Regenmengen um die 20 bis 30, teilweise auch bis zu 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Kleinräumige Überflutungen sind da nicht ausgeschlossen. Die Temperaturspanne reicht von 23 Grad im Norden bis auf 32 Grad im Osten des Landes. Und hier bleibt es auch anfangs noch sonnig. Am Sonntag dann schwülwarm bis schwülheiß. Im Osten bis zu 34 Grad. Und in dieser schwülwarmen Suppe da blitzt und donnert es recht ordentlich. Zum Teil wieder kräftige Gewitter. Regional sind auch einzelne Unwetter mit dabei. Das Wochenende nehmen wir nochmal genauer unter die Lupe. Hier der Samstag. Samstag der Schwerpunkt hier nochmal im Westen. Von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz-Hessen bis runter nach Baden-Württemberg. Teilweise auch im Saarland. Im Osten dagegen am Samstag noch recht ruhig. Aber am Sonntag gibt es auch im Osten und im Norden dann später hier einzelne. Einzelne zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Und vor allen Dingen im Westen, da ziehen immer wieder Schauer und Gewitter voran, vorüber. Hier aus Frankreich und Benelux. Und da müssen wir auch mit einzelnen Schauern und Gewittern rechnen. Aber nochmal die Info. Nichts flächendeckendes wie am vergangenen Mittwoch und Donnerstag. Also keine Panik. Es gibt zwar regionale Schauer und Gewitter, aber keine großflächige Katastrophe, die sich da andeutet. Da kann ich wirklich Entwarnung geben. Ja, und das war es dann auch vom Wetter hier bei Wetter.net. Wie gesagt, wenn ihr nochmal sehen wollt, archiviert die Wetterkarten im Vorfeld zur Flutkatastrophe, die eindeutig gezeigt haben, was da runterkommt, dann klickt einfach hier unten auf dieses Wettervideo. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Das war es. Ich wünsche noch einen schönen Tag und Tschüss. Bis bald.